Ja, Esowesow will hier weg aus der zweiten Position und versucht jetzt hier den sogenannten Spritkorridor zu verteidigen. Schaut Sie mal, was für eine große Übersetzung Esowesow gekennzeichnet hat. Jetzt der Ucker, Owen, bei dem Weg getritt, Seite an Seite. Aber Salotay, der darf noch nicht runterfahren, weil er nicht vorbei ist. Und da schafft er nicht mehr. Und Esowesow gewinnt diesen Lauf. 1 zu 0 für den Mann aus Indien. Esowesow.